Was erreicht man in FIFA 23? Tag 147, das Ganze ohne FIFA Points und damit willkommen zum großen Finale der RTG in FIFA 23, Freunde. Das hier ist die letzte Folge und die wird nochmal legendär. Ich habe heute richtig geile Sachen für euch am Start. Eins nach dem anderen, würde ich sagen. Eins nach dem anderen. Wir werden ein fettes Pack-Opening machen. Wir werden nochmal versuchen, Neymar zu ziehen. Keine Ahnung, ob wir das schaffen. Wir werden auf jeden Fall dafür einige Footy-Picks noch öffnen. Wir werden auf jeden Fall hier vom Season Pass auch unter anderem das 25x84-Plus-Pack öffnen. Und dann gibt es natürlich noch eine richtig fette Club-Tour. Wir werden die komplette Weekend-League spielen. Und da gehen dicke Shoutouts raus an meinen Abonnenten Max Elsner, der mir einen überragenden Kommentar unter das letzte Video geschrieben hat. Er meinte, spiel doch nochmal mit all deinen Teams in der Weekend-League. Und ich habe jetzt zehn verschiedene Teams gemacht von Dezember bis September. Und wir werden mit jedem Team zwei Spiele machen. Ich habe aus jedem Monat das Team, was ich am Ende des Monats hatte, zusammengebaut. Das wird überdrieben cool. Und damit werden wir dann die Weekend-League zocken. Und dann können wir alles nochmal ein bisschen Revue passieren lassen. Generell muss ich sagen, das war auf jeden Fall das beste Projekt meines Lebens auf YouTube. Hat unfassbar viel Spaß gemacht. Der Support von euch war eine 10 von 10 über das komplette Jahr. Es war absolut verrückt. Danke natürlich auch an die ganzen OGs, die seit der ersten Folge dabei gewesen sind. Aber natürlich auch an alle anderen, die auch später erst dazugekommen sind. Dicke, dicke Grüße gehen raus. Und wenn ihr da draußen wollt, dass dieses Projekt auch in EAFC24 weitergeht, dann eskaliert auf jeden Fall mit dem Daumen nach oben. Und falls du, Schlingel, meinen Kanal immer noch nicht abonniert hast bei der letzten Folge meiner RTG, dann wird es heute Zeit zum Supporten auf Abonnieren klicken. Und dann seid ihr immer up to date, was EAFC24 angeht. Und ja, ich würde sagen, zum Start des Videos gehen wir jetzt hier erstmal rein. Ich habe hier schon mal ein Team vorbereitet für die Club-Tour später. Da zeige ich euch dann alles. Dann habe ich hier die ganzen Teams vorbereitet. Da fehlen mir halt ab und zu mal so ein paar Karten. Das muss ich dann auch immer kaufen. Was man aber sagen kann, das war jetzt der letzte Stand der Dinge. Die besten Karten, die wir in FIFA 23 gezogen haben. Wir haben extrem viele 99er. Der einzige 99er, der uns fehlt, ist der gute Neymar. Ansonsten haben wir Al-Owai-Ran. Der wäre wahrscheinlich in meinem absoluten Dream-Team sogar in der Startelf. Aber das hier ist das bestmögliche Team in FIFA 23. Wie gesagt, es fehlt nur Neymar. Und den versuchen wir zum Start des Videos zu ziehen. Ich sage euch ganz, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich ihn noch ziehen werde. Vielleicht kommt er jetzt noch als SPC. Ich fange dieses Video schon am Freitagnachmittag an. Das wird mich aber wahrscheinlich drei Tage kosten, das Video. Deswegen, ja, ich weiß jetzt nicht, was nach Freitagabend noch rausgekommen ist. Sollte Neymar noch rauskommen, dann werde ich den in dem Video noch abschließen. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht mehr, dass er kommt. Aber man kann ja nie wissen. Ansonsten gehen wir rein in die Footy-Picks, wie gesagt. Und sonst haben wir eigentlich so gut wie jede Karte, die wir haben wollten. Ich habe sogar noch den guten R9 gezogen. Das habe ich, glaube ich, im letzten Video gesagt, dass ich den noch unfassbar gerne haben würde. Und tatsächlich habe ich den noch bekommen aus einem Pack. Wo ist er? Da ist er doch. Trophy-Typen R9. Der darf im Verein natürlich auch auf keinen Fall fehlen. Der wurde auch noch eingetötet. Sehr, sehr coole Nummer. Und dann würde ich sagen, ziehen wir jetzt ein paar Packs. Ich habe auch zwei Millionen Coins. Das ist auch richtig, richtig geil. Ich habe jetzt hier mal die ganzen Karten verkauft, die wir in den letzten Wochen gezogen haben. Das hat auf jeden Fall saftig Coins gebracht. Aber ich brauche die Coins auf jeden Fall auch später für die zehn verschiedenen Teams, weil da halt immer mal wieder ein paar Karten fehlen. Und dann würde ich sagen, geht es jetzt rein in Pack Opening. Wir ziehen die Dinger und wenn wir einigermaßen viele Duplikate haben, dann recyceln wir alles in die Footy-Picks. Und dann schauen wir mal, wie viele Footy-Picks wir heute öffnen können. Man kann den guten Namer ja leider nicht aus der Batch ziehen. Das ist sehr, sehr schade. Alle anderen Karten habe ich über die Batch bekommen, aber den Mann halt leider nicht. Ich habe hier zehn mal 86 Plus Packs vorbereitet. Insgesamt, ich glaube, 30 Stück. Also das sollte ganz gut laufen. Vorher öffnen wir aber auch mal noch die, ja, so mittelguten Packs. So, das ist erst mal erledigt. Jetzt haben wir noch das 25x84 Plus Pack. Freunde, ich will euch nicht lange auf die Folter spannen. Wir öffnen das einfach zum Start dieses extrem geilen Videos. Ich hoffe, dass das euch noch mal gefällt als Abschlussfolge. Das wird auf jeden Fall ein XXL Special. Wird auf jeden Fall ein richtig cooles Ding. Hoffe ich zumindest. Und dann schauen wir mal hier rein. Yo, das sieht bodenlos aus. Grüße gehen raus. Und mit den Duplikaten fangen wir natürlich schon mal den ersten Footy Pick an. Ich sage euch, wie es ist. Wir brauchen wirklich ein Weltwunder, um den zu ziehen. Falls ihr die letzte Folge verpasst habt von Wie schnell ziehe ich das beste Team in FIFA 23? Checkt die auf jeden Fall auch ab. Ist gestern online gekommen, das große Finale. Und die Frage wird dort gelöst. Haben wir es geschafft, das beste Team in FIFA 23 zu ziehen? Ja oder nein? Falls ihr es verpasst habt, checkt es auch gerne nach dem Video noch ab. Die Server sind für heute auch wieder eine 10 von 10. Echt cool. Und dann würde ich sagen, geht es jetzt rein in 30 10x86 Plus Packs. Eigentlich ist es mehr oder weniger egal, was hier drin ist. Den einzigen, wirklich den einzigen, den ich wirklich auch noch brauche, wäre Markizio Footies tatsächlich. Den habe ich nämlich auch nie bekommen. Und damit ist der erste Pick abgeschlossen. Goldkarten haben wir auf jeden Fall noch viele empfeilen. Ich habe sogar noch ein weiteres 100x82 Plus Pack. Also damit sollten wir keine Probleme haben. Wir wollen heute einfach nur noch diesen Lamer bekommen. Oder Markizio. Wir gehen rein. Erster Pick des Tages. 99er Donnarumma. Und der darf direkt schlafen gehen. Wir werden die einfach immer direkt diskaden. Wir brauchen nämlich nichts mehr davon. Denn wir werden jetzt wie gestern beim Video einfach immer ein Pack ziehen. Eine SBC abschließen. Bloß schade, dass man bei den Footy Picks halt zwei SBCs abschließen muss. Ich werde euch jetzt auch gar nicht mehr zeigen, wie wir die SBCs abschließen. Das Video wird nämlich sowieso extrem lange. Da brauche ich jetzt nicht so viel um den heißen Brei herumreden. Also wir werden immer zwei 10x86 Plus Packs ziehen. Und dann ein Footy Pick. Das ist jetzt hier die Rangehensweise oder so. Und genau so machen wir das. Hier ist der zweite Footy Pick des Tages. Man muss sagen, ich hatte extrem viel Luck auf dem RTG Account. Und übers Jahr immer mal wieder heftige Karten gezogen. Auch bei den ganzen Footys. Kann ich mich nicht beschweren. Es fehlt nur noch der Nehmer. Und sollte der am Ende des Tages nicht vorbeischauen, ich würde es EA nicht übel nehmen. Weil die eine Karte, da kann ich ein Auge zudrücken. Aber Freunde, ich bin trotzdem motiviert, dass wir das schaffen. So ist es nicht. Let's go. Nächstes Pack. Gutes Futter. Oh, wir ziehen sogar noch mal zwei Tradable Karten. Sehr geil. Die Coins nehme ich auf jeden Fall mit. Und man muss sagen, ja, die Packs gehen schon schnell runter. Aber, ja, geht schon. Den Kimmich, den habe ich sogar noch gebraucht für ein altes Team von uns. Den muss ich behalten für später. Damit ist der dritte Footy Pick ready. 99er Neymar. Es wäre einfach zu schön, um wahr zu sein. Wirklich. Wie oft mussten wir in den letzten Wochen diesen Donnarumma sehen. Es ist der Wahnsinn. Und über die Packs kann ich immer noch den Markizio eintüten. Also ganz umsonst ziehen wir die auch nicht. Und das machen wir jetzt. Wir ziehen zwei Packs. Sieht ganz okay aus. Und hier ist das zweite Pack. Und damit machen wir jetzt den nächsten Pick ready. Easy. Da ist das Ding. Pick Nummer 4 für dieses Video müsste das sein. Ich bin mir relativ sicher. Es wird nicht besser. Weiter geht's. Damit die nächsten zwei Packs für den nächsten Pick. Pack Nummer 2. Und hier. Boah. Das ist böse. Und damit ist der nächste Pick abgeschlossen. Ich bin so froh, wenn ich damit fertig bin. Ich ziehe seit Wochen Packs und Picks. Es ist nicht in Worte zu fassen. Komm. Ich habe mir den 99er Neymar verdient. Ah. Die nächsten zwei Packs. 10 mal 86 plus. Stabiles Ding. Und Pack Nummer 2 für den nächsten Pick. Sieht auch gut aus. Ohne Witz. Es ist verrückt gut. Komm Junge. Wir geben jetzt hier so viel ab für das 89er Team. Da will ich auch was zurückbekommen. Ey. Die Picks machen mich fertig ohne Ende. Wir gehen rein. Immer dieser Donnarumma. Ich will ihn nicht mal mehr auswählen. Und ja, Freunde. Das, was ihr jetzt gerade seht, ist erst der erste Part des Videos. Part 1. Versuchen nochmal Neymar mitzunehmen. Part 2. Club Tour. Part 3. Weekend League mit allen alten Teams. Das wird übel cool, sich das nochmal anzuschauen. Vertraut mir. Das wird richtig cool. Und sollte jetzt hier in den Tagen, in denen ich das aufnehme, noch irgendwas cooles im Spiel rauskommen, werden wir das natürlich auch immer mal wieder mitnehmen. Wenn wir hier durch sind, haben wir, glaube ich, halt auch echt wieder über 15. Picks oder so abgeschlossen. 15 Footy Picks. Kannst dir da nicht ausdenken, wie viel ich davor mittlerweile geöffnet habe. Wir machen weiter. Nächster Footy Pick ist am Start. Okay, let's go. Es geht halt leider nicht mal in die Richtung von so einem Neymar. Weiter geht's. Nächstes Pack. Sieht gut aus. Nächstes 10x86+. Wieder freht. Und ganz ehrlich, Freunde. Ich zeige euch jetzt nur noch die Footy Picks. Nicht mal mehr die 10x86er. Außer es ist irgendwas übel Atemberaubendes drin. Weil ich habe sowieso jeden als Duplikat. Ich brauche euch die 10x86er nicht mehr zeigen. Wir gehen rein. Nächster Footy Pick abgeschlossen. Und der war wieder für die Tonne. Wir sehen uns zum nächsten Footy Pick. Und da bin ich wieder, Freunde. Willkommen zum nächsten Footy Pick. Der Pick ist es, oder? Wenigstens eine Karte, die wir noch nicht haben vielleicht? Nee. Da ist der nächste ready. Und auch wenn ich nur 30 Packs angespart hatte. Es dauert gerade wieder ewig, die überhaupt hier rein zu packen. Also, es ist verrückt. Es ist wirklich verrückt. Ach, Freunde. Es wäre so bitter, diese eine Karte zu verpassen. Aber ich habe wirklich so lange Packs gezogen. Wenn es jetzt nicht klappt, dann wird es auch nicht mehr klappen. Shoutouts an der Stelle an einen Abonnenten. Major West. Der hat einfach 255 Level-Up-Picks verzogen, bis er KDB hatte. 255. Das nenne ich auf jeden Fall Durchhalteverwürgen. Also, das hätte ich, glaube ich, niemals gepackt, Mann. Wir haben den nächsten Player-Pick am Start. Rainer. Und wir ziehen Oblak. Das Ding ist ja auch einfach, ich ziehe auch keine anderen 99er-Karten. Weiß nicht. Benzema, Lewandowski, irgendwas in der Richtung. Das ist ja auch nie drin, muss man sagen. Oh, okay. Nochmal ein Tradable, Mertens und Immobile. Nehme ich doch mal mit. Wir sind jetzt wirklich auf der Zielgeraden, was Neymar angeht. Sollte der nicht mehr als SPC kommen, sehe ich da leider schwarz. Wir haben jetzt noch drei 10x86er und ein 100er. Einer unserer letzten 94-Plus-Footie-Picks in FIFA 23. Ey, schon wieder ein Tradable-Footie. Das läuft. Wir haben jetzt hier echt wieder ein paar nice Karten gezogen, muss man sagen. Also damit werden wir auf jeden Fall auch nochmal 100.000 Münzen oder so machen. Und damit haben wir jetzt nur noch das 100x82-Plus-Pack. Bestimmt unfassbar viele Duplikate. Oh mein Gott. Was? 50? Das war's komplett. Was ist das denn? Oblak, Ravenberg und hinten noch Footies? Neh, okay. Krass. Okay, damit mache ich jetzt nochmal so viele Footie-Picks wie möglich mit den Duplikaten. Und damit ist es soweit, Jungs. Wir müssen loslassen von Neymar. Haben jetzt aber noch dreimal, glaube ich, die Chance. So ist es. Dreimal haben wir die Chance. Oh Mann, jetzt habe ich die nicht mehr mitgenommen. Ah doch. Alles gut, oder? Ja, passt. Dreimal die Chance auf 99er Neymar. Unsere letzten drei Footie-Picks in FIFA 23 wahrscheinlich. Also sehr, sehr wahrscheinlich vorletzter Pick. Jesus, letzter Pick. Es wäre zu krass. Alter, das war echt nochmal knapp daneben, aber auch vorbei. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Club-Tour. Schade um Neymar. So, Freunde, wir kommen zur Club-Tour. Bei mir ist jetzt übrigens Freitagabend, 19 Uhr. Es kamen Pelé und Mbappé als SBCs raus. Neymar nicht. Das liegt ganz einfach daran. Der gute Neymar ist in die Saudi-League gewechselt. Und dementsprechend hat EA keine Rechte mehr an einem Paris-Neymar. Also die können den jetzt halt nicht mehr als Paris-Version rausbringen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Das war auf jeden Fall die Theorie von Julian. Und ich bin mir zu 99% sicher, dass das stimmt. Also sehe ich ganz genauso wie Julian. Das wird ganz, ganz safe deswegen sein. Und deswegen wird auch kein Neymar mehr kommen als SBC. Wenn doch einer kommt, dann wäre krass. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Und dementsprechend lassen wir den auf jeden Fall erstmal links liegen. Ich habe ja sonst jede andere Karte gezogen. Musste nur die Lionel Messi SBC machen. Alle anderen Spieler, die zu ziehen waren, habe ich sogar gezogen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr stark. Damit bin ich sehr zufrieden. Und damit kommen wir jetzt zur Club-Tour. Bevor wir in die Weekend-League gehen und mit allen alten Teams aus jedem Monat spielen. Das wird übel cool. Wir machen jetzt eine schnelle Club-Tour. Weil das dauert ewig, Freunde. Das dauert ewig. Ich scroll erstmal ganz nach unten. Beziehungsweise nicht ganz nach unten. Aber wir starten hier bei den Gold-Karten bei Usman Dembélé. Eine der absoluten OG-Karten aus unserem ersten Team. 363 Spiele hat er für uns gemacht. Den habe ich nie abgegeben. Hier haben wir auf jeden Fall schon die ersten Spezialkarten. 85er Füllkrug. Das war seine erste Spezialkarte. Kann das sein. Dann haben wir hier auf jeden Fall ein paar sehr wilde Karten. Rullit. Den haben wir damals gezogen. Relativ früh. Depay. Junge. 300 Spiele. Und Gold Nkunku. Auch nie verkauft. Den Mann. Über 600 Spiele hat er für uns gemacht. Absolut verrückt. Rossellion haben wir noch mitgenommen. Vier vor mir spielt. Bamba. Ihr seht ja die Karten. Das ist krass. Davis war glaube ich die erste Spezialkarte des Projektes, die wir je gezogen haben. Auch eine verrückte Karte. Dann haben wir Markizio. Das war crazy. Der war damals richtig teuer. 1,5 Billionen oder so. Al-Oweyran. Im Dezember aus dem Hero Pick gezogen. Das ist eigentlich der Al-Oweyran, der die meisten Spiele für uns gemacht hat. Und der diese RTG auch geprägt hat, würde ich sagen. Ansonsten haben wir hier einen Ben Yedda. Den haben wir damals abgeschlossen und damit nur 2, 3 Weekend Leaks gemacht. Also relativ wasted, würde ich sagen. Hier sind halt ultra viele Karten drin, die einfach aus der Footy-Batch sind. Deswegen kann ich dazu gar nicht so viel sagen, weil die halt nichts mit der RTG zu tun haben. Xiano Ronaldo, Gold habe ich immer behalten. Al-Oweyran, Foot Fantasy haben wir dann gezogen, als er eine Weile raus war. Al-Jaber, Di Maria, auch legendär. Einige Leihspieler. Das sind alles welche aus der Footies-Batch. Dann haben wir hier weitere Legenden, nämlich Ronaldinho. Auch aus einem Icon Pick damals gezogen. War sehr, sehr wild. Wir haben Toni Kroos, den ich sehr, sehr lange gespielt habe. Sergio Ramos, 800 Spiele. Ich habe den gefühlt, das halbe FIFA gespielt. Deswegen werdet ihr später auch viele Spiele mit dem sehen, weil der in vielen Teams drin ist. Dann haben wir hier natürlich einen Füllkrug, Team of the Season. Den habe ich natürlich auch in Rot. Frimpong, Kobel, Tomori, Ferrari abgeschlossen. Tabsoba, da ist er, der rote Füllkrug. Hector, Grüße gehen raus an Tom. Dann haben wir Eto'o und den Mann schlechthin. Über 1000 Spiele mit P.O.T.M. Mbappé. Es ist absolut der Wahnsinn gewesen. Was eine Karte. Die ganzen Karten sind auch teilweise später in den Teams noch drin. Dann kann ich dazu auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr sagen. Dann haben wir hier einen Cersinho. Da habe ich ja damals mal den mit Cersinho gezogen. Das war auf jeden Fall auch sehr, sehr krass. Kammer Winga ist legendär. Ihr seht extrem viele rote Karten, die echt nicht gut sind, weil ich hatte nie gute rote Karten. Muss man leider sagen. Also die Tots-Zeit war es irgendwie nicht so richtig für mich. Muss ich leider zugeben. Dann haben wir hier einen Rollitz. Den habe ich noch gezogen. Ansonsten, ähm, ja. Haben wir hier, haben wir hier noch irgendwas Cooles so aus der RTG-Zeit. Oh, Petritschech. Was eine Karte, wirklich. Was eine Karte. Wie Tinja war auch sehr, sehr nice. Diaby. Wow. Den habe ich geliebt. 400 Spiele mit dem Mann. Der war crazy, wirklich. Ansonsten haben wir hier, ja, ist hier noch irgendwie jemand dabei, der sich einen Shoutout verdient hat von den Spielern. Nkunku ist auf jeden Fall cool, dass wir da auch noch den Tots haben. Aber da gibt es ja auch die 99er-Karte mittlerweile. Haben wir einen roten Petri am Start. Wir haben, ja, hier einige Icons, die wir auch ein bisschen länger gezockt haben. Neymar. Ich habe immerhin den, äh, Tots Moments Neymar. Auch wenn wir den 99er nicht mehr bekommen haben, ist das immerhin ein Trostpreis. Dann haben wir hier auch, äh, schicke Karten. Juameni, den habe ich damals erspielt. Hat mich auf jeden Fall auch gut Zeit gekostet. Dann sind wir jetzt hier schon bei den 97er-Karten. Pogba und R9 sind auf jeden Fall auch mit dabei. KDB-Tots, ähm, Yaya Toure, Al-Oweiran, Chinola, Lewandowski. Also wir haben sie gefühlt alle. Dann habe ich sogar den Tots Mbappé gezogen, bevor ich den 99er gezogen habe. Haben hier einen roten KDB, einen Ousmane Dembélé. Toni Kroos, Shapeshifter, auch eine übelgeile Karte. Wir haben hier noch einen Moussiara, den habe ich auch sehr, sehr oft gespielt. Und, äh, das sind jetzt hier schon die letzten Karten. Hier geht es gleich los mit den 99ern. Dann Ronaldinho, einer meiner absoluten Lieblingsspieler all time. Vinicius Junior, coole Karte. Und da sind sie die 99er. Messi, De Bruyne, Kane, Mbappé, Ori, Pelé und so weiter und so fort. Die Frage ist jetzt aber, wie hat das Ganze angefangen? Und Achtung, Jungs, jetzt kommt's. Denn wir gehen jetzt rein in die letzte Weekend League in FIFA 23. Ich weiß gar nicht, ob nächste Woche nochmal eine ist. Aber wer die spielt, also da ist Hopfen und Malz verloren, wirklich. Aber wie sah mein Team im Dezember nach dem ersten Monat der RTG aus? Boom, da ist das Ding. So sah das Team aus. Das Problem ist jetzt einfach, ja, es gibt einfach extrem viele Karten, quasi gar nicht mehr. Yashin Baby hatten wir im Tor. Wir schauen uns das Team vielleicht auch nochmal ein bisschen genauer an. Gibt's wenigstens den? Okay, den scheint es zu geben. Dann nehmen wir jetzt einfach den mit Yashin. Der ist auch ungefähr das Gleiche. Dann würde ich sagen, passt es auf jeden Fall. In der Abwehr hatte ich hier als Rechtsverteidiger eigentlich Frimpong als SBC. Den habe ich aber leider irgendwann mal abgegeben. Wir haben Upamecano WM-Finale verloren. Deswegen hat er keinen Upgrade bekommen. Wir hatten den guten alten Kohler in der Innenverteidigung. Gibt's den noch? Nein, auch den gibt's nicht mehr. Ist ja mega cool. Oh Mann, Alter, wirklich. Dann zocken wir jetzt mit dem Base-Kohler. Im Mittelfeld hatten wir Nakata. Wieso gibt's die Karten nicht mehr? Es ist crazy. Oh mein Gott, okay. Wir müssen da teilweise ein bisschen zurückstecken. Ich kann aber auch teilweise die Karten auf bessere Versionen upgraden, wie zum Beispiel bei Frimpong. Können wir dann zum Beispiel mit Rabio machen, wenn's den jetzt auch nicht geben sollte. Ja, genau so ist es. Rabio gibt's auch nicht. Da hatte ich den World Cup Story Rabio. Und weil's den halt jetzt nicht gibt, gehen wir mit dem Team of the Season. Und im Sturm hatte ich dann die Maria, die Legende, Nkunku, immer gezockt, Al-Overan. Und für zwei Wochen oder so haben wir uns einen Garincha damals rausgelassen. Und den gibt's glücklicherweise ziemlich günstig. Und das ist unser Team aus dem Dezember 2022. Nach einem Monat FIFA 23 RTG. Bloß halt Cola und Nakata und Rabio und Frimpong ein paar andere Karten. Und mit dem Team gehen wir jetzt rein in die Weekend League. Das wird wahrscheinlich eine Katastrophe, aber mal schauen. So, mit Manager sogar 32 Chemie und, äh, oh mein Gott, was soll das werden? Die ersten zwei Games mit unserem Dezember-Team. Abfahrt. Wir müssen die Weekend League auch echt nicht zu ernst nehmen heute. Ey, was müssen sich meine Gegner bei meinem Team denken? Ich bin gespannt, ob wir damit ansatzweise heute was reißen. Also, das ist crazy. Aber immerhin weiß ich noch, wie ich damals damit so gezockt habe. Und es ist schon cool, jetzt nochmal die alten Karten hier zu bespielen. Komm, Junge. Nkunku. Jawohl. Garincha steht Gold richtig. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Schöner Pass auf Al-Overan. 2-0. Die Venner sind immer noch heiß wie Frittenfett. Ja. Let's go Gold Nkunku zum 3-0. Das Problem ist, die Leute werden heute nicht quitten, weil die denken, ich bin der größte Noob, weil ich mit so einem Team im September rumrenne. Schade. Der Rincha. 4-0. Ey. GG-Gegner. Er bekommt auch ein Tor. Komm, hau irgendeinen krassen Jubel raus. Mann, Mann, Mann. Ja, okay. Das reicht jetzt auch. Und da ist der erste Sieg eingetütet mit unserem alten Team. Geil. Und natürlich müssen wir damit jetzt noch ein zweites Game zocken. Eigentlich will ich den Gegnern gar nicht mehr meine Teams zeigen. Vielleicht skippe ich ab dem nächsten Mal, weil die gegnerischen Teams sehen sowieso alle gleich aus. Das macht überhaupt gar keinen Unterschied. Das Ding ist, wenn hier ein guter Gegner auf uns zukommt, dann ist ganz schnell Ende Gelände mit dem Teamunterschied. Let's go. Garencha 1-0. Boah, Nkunku Gold. Was ein wacher Junge. Quittet der Gegner? Let's go. Einfach mit dem Dezember-Team die ersten zwei Games gewonnen. Mega geil. Und damit dürfen wir upgraden auf unser Januar-Team. Und das sah schon mal deutlich besser aus, muss ich sagen. So, wir upgraden unser Dezember-Team auf Januar. Und das war folgendes Team. Sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Klaus hatte ich damals den Winter Wild Card. Habe ich leider auch abgegeben. La Cassette Winter Wild Card haben wir da auch drin gehabt. Dann hatten wir einen Gold Donnarumma, Gold Mondi im Mittelfeld Groß und Petri. Team of the Enominee und Ousmane Dembélé Winter Wild Card. Und dann schaue ich mal, wer von den Karten noch am Start ist. Okay, Gold Donnarumma ist extinct, weil der 99er Donnarumma in der Batch drin ist. Das tut mir leid, dann müssen wir den 99er benutzen. Okay, die Karten sind auch teilweise echt mega teuer. Hä? Und auch Winter Wild Card Dembélé gibt es nicht mehr, Alter. Das ist wirklich ein Trauerspiel. Dadurch wird die Chemie jetzt extrem, ja, zerstört. Aber dann müssen wir das so spielen. Beziehungsweise ja so. Und dann schauen wir mal, was wir in den nächsten zwei Games mit unserem Januar-Team reißen können. Mit ein, zwei Upgrades. Und ja, ich glaube ab dem nächsten Mal, ich skip die Teams. Es ist sinnlos. Ousmane, der hatte Neymar. Let's go. Dembélé holt einen Elfmeter raus. Und den schießen wir mit der Legende Ayran. Komm schon, Bruder. Links oben ins Eck. Ja. Okay, 1-1. Neymar, Spiel gedreht. Dembélé, die Entscheidung 3-1. Und der Gegner quittet. So, nächstes Game. Diesmal drückt er aber meinen Gegner nicht weiter. Und der spielt Petri Cech. Was ne Legende. Ayran macht das super. 1-0. Ja, macht er gut. Oh ja, Lacazette. Komm, Neymar 3-1. Lacazette 4-1. Lacazette 5-1. Junge, es gibt echt Leute, die zocken dieses Game. Noch am 15. September liegen 5-1. Also, ich hab nix gegen Leute, die das noch zocken. Aber das macht doch keinen Spaß, Mann. Da ist er doch, der Quit. Wir stehen 4-0. Und damit können wir wieder upgraden. So, Freunde. Und damit geht's vom Januar-Team, was wir gerade gezockt haben, zum Februar-Team. Und jetzt sieht's direkt deutlich besser aus. Holy. Wir haben Fandasa im Tor. Wir haben Sergio Ramos aus dem Team of the Year als SPC mitgenommen. Alba und Vasquez. Die muss ich gleich noch kaufen. Auf dem Mittelfeld Marquisio und Todi Kroos. Da wurde der Marquisio eingetütet. Dann haben wir Al-Oweyran, Mbappé, Benjeda und Ronaldinho. Oh mein Gott, wirklich. Also, der Sprung war ganz, ganz böse. Und viele von den Karten wurden dann auch gefühlt bis zum letzten Tag durchgezockt. Vor allem der Mbappé. Mal schauen, ob's Alba und Vasquez gibt. Ich denke nicht. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, tatsächlich gibt es zwei Karten, aber die sind an der Range bei Alba. Ich nehme einfach den End of an Era, Alba. Es macht bei der Abwehr jetzt nicht so einen Riesenunterschied. Und bei Vasquez gibt's leider keinen. Da dürfen wir jetzt den Goldenen zocken. Let's go. Team diesmal geskippt, damit der Kollege nicht sieht, dass ich hier ein Team aus dem Februar verwende. Und er drückt direkt Pause. Der wird bei 0-0 quitten, der Ehrenmann. Schönes Ding. Abseits. Aber immerhin, der Gegner quittet nicht. Let's go. Airan 1-0. Ah, schade. Boah, was ein Pass auf Mbappé. Ja, Ben Yerda, 5-Star-Weekfoot. Junge, und er klemmt den Controller ein. Es ist September. Mitte September. Ja, Freunde. Gegner ist wieder da. Nachdem ich meinen Controller weggelegt habe, war er dann wieder am Start. Um mir den Ball abzunehmen. Besser, Mann. Wirklich. Kann das nicht mehr. Da bist du doch. 4-2. Ben Yerda, 5-2. Let's go. Damit stehen wir 5-0. So, wir gehen rein ins nächste Game. Das skippen wir auch ganz schnell wieder. Aber ich sehe da schon Ronaldo und Messi. Und das werden nicht die Goldkarten sein. Ja, gut. Das wird eventuell das erste schwierige Game. Digga. Ja, gut. Wir lassen es direkt leider. 2-0. Da machst du nichts gegen 99er Ronaldo, 99er Messi. Alles drum und dran. Wir springen damit wieder einen Monat weiter. Vom Februar zum März. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Wir schauen uns das Ganze an. 3-2-1. Die nächsten zwei Games mit... Oh, shit. Jersinjo ist damals neu dazugekommen. Ja, ja. Ture Salibar. Oh, mein Gott. Diese Foot Fantasy Salibar-Karte wird es auch niemals noch geben, sage ich. Ich habe den leider auch irgendwann mal abgegeben. Aber den haben wir auch sehr, sehr lange gezockt. Das war so eine geile Karte. Da ist er. Oh, okay. Den gibt es sogar auf dem Markt. Sehr geil. Junge, der trennt Alexander Arnold, ne? Der war doch erst vor kurzem drin. Und jetzt kann man den nicht mehr kaufen. Was ist das? Deswegen zocken wir jetzt einfach Zaha. Der kommt auch aus der Premier League. Ja, ja. Ture Base holen wir uns für 24.000. Jetzt brauchen wir nur noch den Jersinjo. Eine der legendärsten Karten in diesem FIFA. Und ich habe den damals tradable gezogen. Kannst du dir nicht ausdenken. Er hat uns damals 2 Millionen Coins gebracht. Also das Team sieht es schon langsam sehr stark nach dem aus, was ich so wirklich die ganze Zeit gefühlt gezockt habe. Geiles Team. Damit sollten wir auch Wins weiterhin holen eigentlich. Und damit geht es rein ins nächste Game. Ich sehe hier schon Harry Kane, Haaland. Mal schauen. Das sieht gut aus. Mbappé 1-0. Na, 1-1. Jersinjo 2-1. Schade. Schönes Ding, Mbappé. Let's go. Damit gewinnen wir auch das Spiel. Und das ist unser nächster Gegner. Der gönnt sich hier nochmal unser Team. Oh ja. Danke für den Fehlpass. 1-0. Oh, starke Kiste von Yaya Toure. Schöne Kiste, Mbappé. 3-0. Schöne Kiste. 4-0. Mbappé. 5-0. Let's go. Gegner. Lass dich feiern, mein Bester. Damit stehen wir einfach 7-1, obwohl wir die ganze Zeit mit uralten Teams zocken. Und damit upgraden wir unser März-Team aufs April-Team. Und das ist nochmal viel besser, wie ich finde. Wir gehen rein. April ist am Start. Und ihr seht, in der Abwehr haben wir jetzt Zanetti auf rechts. Ansonsten ist alles gleich geblieben. Im Mittelfeld haben wir jetzt Park-Chi-Zung am Start. Den musste ich kaufen. Den hatte ich nicht mehr, aber naja. Und im Sturm haben wir neu mit dabei Oise. Und neu mit dabei Al-Oweiran Fantasy-Foot-Helden. Richtig nice Karte. Und damit gehen wir rein in Spielnummer 9 und 10. Und mit dem Team kann man sich auch wieder zeigen. Was hat der Mann hier im Start? Joa, ist ganz nett, ne? Oh nein. Ronaldo auf Messi. Was ne Kombi. Und der drückt direkt Pause. Dicker, wirklich. 2-0. Und Freunde, da gehen wir dann direkt raus. Wenn der Typ schon mit Pause drückt und alles... Ne, lassen wir es. Wir gehen rein in ein zweites Game mit dem Team. Das war jetzt natürlich ein bisschen wasted. Aber stand auch sehr schnell 2-0. Der hätte mich wahrscheinlich sowieso rasiert. Und da zocken wir jetzt die zweite Runde gegen sogar einen Totz. So was sieht man mittlerweile wirklich selten. Okay, wir sind jetzt wirklich im absoluten Öler-Matchmaking angekommen. What? Wie ist der durchgekommen? Jungs, wir machen hier leider mit dem April zwei schnelle Niederlagen. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in alter Frische an einem weiteren Tag wieder. Dann mache ich weiter. Bis gleich. So Freunde, neuer Tag, neues Glück. Bei mir ist jetzt Sonntag. Und wir gehen rein in die letzten 10 Weekend League Games. Springen jetzt von unserem April-Team rein in das Team aus dem Mai. Und damit mit dem Team, was ich zur Team of the Season Zeit gespielt habe. Da ist das Ding. Und zwar hier. Und das sieht folgendermaßen aus. Wir müssen hier auf jeden Fall den Kimmich noch umwandeln zum ZM. Und dann ist das Ding auf 31. Eventuell kann man hier noch mit dem Manager was machen. So, Patrick Vieira und wir haben 32 von 33. War auf jeden Fall auch ein sehr, sehr geiles Team. Hier mit Sans Maxima, mit Diaby. Junge, ich habe den so viel gespielt. 425 Spiele. Kimmich war auch sehr, sehr nice, muss ich sagen. Den habe ich irgendwann abgegeben. Muss ich zugeben, weil der halt in der Batch drin war. Davis war auch in der Batch. Und deswegen habe ich dann aus Versehen meine gespielten Karten hier reingegeben. Ansonsten immer noch Ramos am Start. Hat Salibar jetzt in Rot nicht mehr die Foot Fantasy Karte. War ein sehr, sehr geiles Team, wie ich finde. Trotzdem werden wir mit dem Team wahrscheinlich einen schon ordentlichen Teamnachteil haben. Das ist unser Gegner mit der ein oder anderen 99er Karte. Oh hell no. Junge, wo kommt er denn her? Davis 1-1. So, Maxima. Macht er gut, macht er gut. Diaby, let's go. Oh, nein. Oh man, zweiter Schuss des Gegners gefühlt. Mbappé, wir sind wieder in Führung. Oh, da ist das so krass. Weekend League im September. Es ist ein Trümmerbruch. Let's go. Salibar holt einen Elfmeter raus. Und Ramos macht ihn rein. What? Digga, was? Oh, Diaby, Weltklasse. Bruder. Ich kann das nicht mehr. Zeig mir bitte die Statistik. Es ist so lächerlich. Wozu zocke ich das noch, Mann? Und, oh mein Gott, Verlängerung im September. Nach so einem Spiel, Mann. Kimmich, Junge. Let's go. Komm, Junge. Airan, das muss es jetzt sein. Ja, und da ist spätestens die Entscheidung. Und da ist das Ding durch. Wir gewinnen das erste Spiel mit unserem Mai-Team. Weiter geht's. Wir spielen jetzt noch das zweite Game mit dem Team aus dem Mai. Diaby, 1-0. Boah, gegen diesen Haaland machst du nichts. Diaby, wir sind wieder in Führung. Junge, es ist zu krass. Die Leute sind echt nicht mal gut, aber die Teamvorteile sind teilweise böse. Let's go, Diaby ist auf jeden Fall der Man of the Match. Schade. Oh, Mann, Freunde, wirklich. Beeindruckend, wirklich beeindruckend, wie viel Aggression dieses Spiel auch noch in mir Mitte September auslöst. Wirklich, es ist verrückt. Nächste Niederlage gegen einen mit zwei linken Händen. Beste Leben. Aber damit dürfen wir wenigstens unser Team wieder upgraden. Und zwar jetzt vom Mai zu Juni. Das sollte auf jeden Fall noch mal ein guter Sprung sein. Und das sieht folgendermaßen aus. Da ist das Ding. Musiala, Vitinha, Mbappé. Dann haben wir die ersten Shapeshifter-Icons am Start. Figo und Petit. Petit und Figo habe ich ZM gespielt. Über außen dann Diaby und Musiala. Sieht auf jeden Fall knackig aus. Und so ist das Ding dann auf voller Chibi. Schönes Team. Und damit geht es mit dem Juni-Team rein in das Ding. Ich glaube, Petit Tschech ist auch in der ungefähren Zeit rausgekommen. Vielleicht auch erst im Juli. Aber ich habe auf YouTube immer das Team genommen, was wir am Ende des Monats hatten. Deswegen ist es das mit Vitinha geworden. Vitinha 1-0. Oh ja, gut gespielt. Musiala 2-0. Und Vitinha 3-0. Und der Gegner quittet. Wichtig und richtig. Und genau so machen wir jetzt hoffentlich weiter. Weiter das Juni-Team auf jeden Fall am Rasieren bis jetzt. Sehr, sehr starkes Team. So wie immer natürlich hier im September. Let's go. Schön gespielt. Diaby mit dem 1-0. Schön gespielt. 2-0. Gegner meldet die Pause an. Da sind sie doch die Rage-Quitter. Vamos. Wir können direkt wieder das Team upgraden auf den Juli. So. Und damit upgraden wir dieses sehr, sehr schöne und echt gut spielbare Team, muss ich sagen. Also verrückt, dass ich auch den Petit relativ viel gespielt habe. Naja, ein, zwei Weekend-Leaks trotzdem. Wir upgraden auf den Juli. Da scheinen uns ein paar Karten zu fehlen. Ja, okay. Einer. Varan. Und wir müssen auch ein bisschen was umwandeln. Da ist er schon mal. Der gute Varan für 26.000 Münzen. Und ich muss mir jetzt hier die ganze Zeit Positionskarten für 5.000 kaufen, weil ich die SPC schon oft genug gemacht habe. Und da ist das Ding angepasst. 32 hierby. Das war so zum Start der Footies-Zeit. Das war sehr, sehr cool. Dass ich den Petit auf Ernst da immer noch gezockt habe, wundert mich gerade schon sehr. Aber okay. Dann gehen wir jetzt rein mit dem Team. Vamos. Die nächsten Spiele stehen an. Und das ist unser Gegner. Okay. Der hat auch ein paar veraltete Karten. Also so ein paar. Kommt. Mbappé 1 zu 0. Oh ja. Der kommt durch zu Mbappé 2 zu 0. Son mit der Entscheidung. Durch Mbappé eher. Und der Gegner quittet. Und damit geht es rein ins nächste Spiel. Ich gucke mir hier noch Werder gegen Heidenheim an. 4 zu 2 für Heidenheim. Wirklich. Alles bestens bei mir. Wir gehen rein ins nächste Spiel. Ja moin 1 zu 0. Chillig, Freunde. Wir gehen rein ins nächste. Warte mal. Habe ich jetzt ein Spiel zu viel damit gemacht? Wahrscheinlich schon da. Ich habe keine Ahnung gerade. Oh Mann. Was ein schönes Tor, Digga. Oh. Schöne Kiste von Reus. Und das Spiel gedreht. Schöne Kiste. Son 3 zu 1. Wichtig. Mbappé 4 zu 1. Und der Gegner quittet. Und ja, Freunde. Ich habe leider vergessen, das Team zu wechseln. Wir hätten nämlich eigentlich aufs August-Team wechseln müssen. Aber das habe ich sowieso nicht so viel gespielt, weil ich mal im Urlaub war. Deswegen ist es halb so wild. Dann spielen wir nur ein Spiel mit unserem August-Team. Das sieht aber sehr, sehr gut aus, wie ich finde. Und ja, da müssen wir auf jeden Fall Cristiano Ronaldo und Zidane umwandeln. Den Ronaldo, den habe ich einfach aus einem 90-plus-Futti-Pick gezogen. Das war sehr, sehr krass. Und damit geht es jetzt rein in ein Spiel. Damit zocken wir nur eins. Und dann haben wir die letzten zwei Games noch mit dem bestmöglichen Team in FIFA 23 am Start. Und das ist der nächste Gegner. Sieht auf jeden Fall gut aus, so wie immer. Oh mein Gott, das war der ehrenloseste Kick-Off-Bug, den ich je gesehen habe. Der war nochmal Next Level im September. Moin. Junge, der Gegner ist der größte Öler. Ich lasse direkt los. Und wir gehen rein ins September-Team mit dem bestmöglichen Team in FIFA 23. Also der Gegner war gerade ganz, ganz anders unterwegs. Und wo ist es? Stream-Team. Da ist das Ding. Das haben wir das komplette Jahr am Ende des Jahres quasi erreicht. Mit Cristiano Ronaldo, mit Zidane, mit Mbappé, Lionel Messi, die zwei Goals. Dann haben wir Mbappé und Haaland, die sich in Zukunft betteln. Und Pelé, der zusammen mit Maradona damals das Nonplusultra war. Und mit dem Team versuchen wir jetzt noch irgendwie die 14 Siege klarzumachen. Mal schauen, ob wir es schaffen. Aber wenn nicht, ist das auch halb so wild, würde ich sagen. Und dafür, dass wir das schaffen, müssen wir jetzt hier erstmal das erste gewinnen. Gegen die Fieslinge aus München. Und zwar mit Donnarumma. Wer hätte es gedacht? Und eine ganz nette Offensive. Junge, der Gegner ist schon wieder viel zu gut. Man merkt es direkt nach einer Sekunde. Es ist der Wahnsinn. Aber sind wir mal ehrlich. Wer zockt auch jetzt noch im September? Wirklich, das sind halt wirklich nur noch die Öler. Freunde, wir müssen loslassen. Beim dritten bin ich raus. Na, Messi 3-0. Und Freunde, das war unser letztes Weekend League. Ich beende damit die Weekend League in FIFA 23 mit 11 Siegen. Nochmal super Ergebnis geholt, Kappa. Aber nee, es sollte heute auch wirklich nicht um das beste Ergebnis hier in FIFA 23 gehen. Sondern einfach, dass wir nochmal jedes Team zocken. Von Dezember bis September war alles mit dabei. Gerade die ersten Spiele mit den richtig schlechten Teams liefen eigentlich sogar besser als die Spiele mit den guten Teams. Muss man auch einmal mal sagen. Aber alles in allem fand ich es auf jeden Fall nochmal richtig geil, jedes Team gesehen zu haben. War auf jeden Fall sehr, sehr nice. Wir verschenken jetzt noch das letzte Spiel und dann ziehen wir noch auf richtig unnötig die letzten Player Picks. Ich habe, glaube ich, noch drei Duplikate. Deswegen die Packs werde ich dann gar nicht mehr ziehen. Da kann aber auch ehrlich nichts mehr drin sein. Genauso wenig natürlich in den Player Picks. Aber das ist jetzt der Abschluss der FIFA 22, äh, FIFA 23 RTG. War auf jeden Fall ein unfassbar geiles Jahr. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen von euch, der das Ding in irgendeiner Art und Weise supportet hat. Heiß über, Daumen nach oben, Kommentare. Einfach nur stiller Zuschauer. Freut mich auf jeden Fall alles. Und war auf jeden Fall ein super, super geiles Jahr. Das sind die letzten Picks hier in FIFA 23. Kimmich? Ich glaube, den habe ich sogar tradable. Ne, habe ich nicht. Alles gut. Aber ist auch am Ende des Tages echt egal. Lücke für Krugau nochmal am Start. Und ja, Freunde. Vielen, vielen Dank für dieses geile FIFA 23. Ja, das ist auch gleichzeitig mein letztes FIFA 23 Video. Wir sehen uns dann zum nächsten Video. Und das ist das erste Video in EAFC 24. Macht's bis dahin gut. Haut rein und ciao.